Ah, ich hab mich grad verwandeln sollen. Ah, ich hab mich. 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 Ah. Ah, ich hab mich. 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 Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 gemeinnen und ZDF, 2020 Ich denke, ich habe eine Idee, warum du hier bist, mein Freund. Haste machte Waste. Ich werde deine Hand geben. Jungs sagen, ich werde deine Hand geben. Ich habe sieid, ja ich werde die Hand geben. Ich habe sie ihr Foto. Ich habe sie wissen, wie ich sie bin. Ich habe sie nicht. Warte im Himmel, ey. Ah, da reinkt er. Er hat den erhaltenden Fokus durch aufeinander von den erfolgreich leichten Angraber. Er folgt ihr Treff mit... Ich schlag mir heute hier auf. Ah. Nachtverfall? Was heißt ein Nachtverfall? Was heißt denn, Nachtverfall? Ich wollte mal gucken. Das ist ein Mordjahr. Ich wollte mal gucken. Das ist ein Mordjahr. Das ist ein Mordjahr. Das ist ein Mordjahr. Ich wollte mich verarschen da oben. Oh, warte, mich verarschen da oben. Oh, warte, mich verarschen da oben. Was ist denn das denn für welche? Was ist denn das denn für welche? Okay, erst kommen Wölfe, jetzt kommen Schweine. Gute Wesen. Nein! Oh, le... Komm mal. Okay. Ähm... Ja... Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Deswegen gucken wir einfach mal. Wollen wir mal nach oben. Immer komisch mit den Überle... Überleitungen. Okay, wenn du dort sagst. Mal gespannt. Geh... Geh mir erstmal nach hier oben. Ben? Hallo, was bist du denn? Ah! Ein Trank. Warte mal, ein Trank? Äh... Inventa... 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 Wollen wir gleich mal gucken. Ja. Du bist irgendwo shipizierter. Da. Oh ja, dann mal gucken. Was? Was man in der Saison stellen sollte, dann am besten wie ein PC. Was? Soll das diesen PC oder am PC heißen? Ach, an meinem PC. Äh, ja. Wäre, glaube ich, schon besser. Hier, glaube ich, erstmal alle. Ich habe gar nicht gefunden. Aua. Ah, da ist noch so ein großer, komischer Frosch. Das ist hart. Merken, dass wir da unten auch noch hin müssen. Da sind Kisten. Da ist ein Kisten, ist wieder dran. Oh ja. 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 Okay. 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 Was ist denn hier stehen? Okay. Ein paar mehr von den Teilen. Hier, Dorf Sandtor, da will ich aber eigentlich nicht hin. Da will ich eigentlich nicht hin. Oh. Den Frosch meinte er. Oh Alter, das ist gemein. Was ist gemein? Der ist ja voll gemein, der Sack. Forscher 1 auf 0, ja danke. Okay. 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 Hier kann ich wieder meditieren. Einfach meditieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschau.